Könnte sein, dass rechts was ist, ne? Ich hätte ja jetzt links vermutet von uns das jetzt. Links. Aber wenn dann outside. Gucken wir auch weiter. Ja, ist er. Schön. Er kommt. Move nicht. Das war ein Spieler, safe Spieler. Ein Holnehmer. Viel kannst du dazu machen, glaube ich. Lass uns mal zusammen durchgehen. Ich gucke nach rechts und du nach links. Ja, piekt erst. Warte, ich gucke erst mal hier ein bisschen nach rechts. Hier liegt einer tot. Klasse. Ist tot. Der hat auch eine Pistole, ich denke ein Spieler. Gleich links. Vorne, direkt vor uns. Safe. Das ist gut. Spieler. Keine Ahnung, wer ihn erschossen hat. Einer von uns beiden. Ist egal. Du kannst ihn auf jeden Fall nehmen. Spieler oder Scaf. War ein Scaf. Du kannst ihn auf jeden Fall nehmen, ich sehe es mal. Soweit ich das hier eben kann, ne? War ein Spieler? Leck um mir. Dann sage ich doch. Er hat sich zu sehr gemoogt. Und wer hat ihn erschossen? Achso, siehst du. Martin Luther. Ach Mensch. Alles gut, nimm dir, nimm dir, nimm dir. Alles gut. Ich bringe den Scheiß mit, der hat nicht so viel gehabt. Nein. Du, alles gut. Wirklich, nimmst doch in den Fall. Ey, was ist mit dir? Hey, Simula! Ah! Hab ihn. Sehr gut. Ich hab mich mega verletzten, der Affe. Ah. Dann kann ich mir von den Kisten so weit weglaufen, by the way, ne? Was du nicht mitgehen willst, bin mit, was du willst, was du willst, was du nicht mitgehen willst. Okay. Ja, es ist einer. Äh. Gab oder? Ne, Spieler. Hab ihn. Hat eine Musil, gab es schon wieder. Der saß die ganze Zeit hier oben, ne? Der guckt mich an. Hier oben saß er. Hier. Wo? Hier. Hier saß er. Guckt auf mich runter. Ist so, ist das ein Busch? Ne, war ein Spieler. Der musste sein. Ich hör noch irgendwo. Hörst du ihn? Ne. Wo ist der? Ah, hier rechts. Rechts um die Ecke. Rechts um die Ecke hat er gekämpft, der Affe. Hast du ihn? Ne, hat mich. Hat mich. Hat er gekämpft, der Affe. Ja, ja. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ja. Aber da ist es dann nur so ein Nubbel, ich kann es, ich kann es mit Pistolen nicht sehen. Ja, das ist er, warte. Das ist ein Hyper. Zu hoch. Jetzt. Ich geh mal noch so ein Custom-Gelaber. Äh, nee, alles gut. Sorry, Parallel. Zwei Spiele auf der Straße, ja? Naja. Äh, Spieler, rechts in der Halle, rechts in der Halle, safe. Komm hoch, es könnte auch hier, warte, hier ist es Rotwinter. Äh, Magazin. Oh, unten unten, Crouch durch. Hinterm, hinterm Dings. Ist tot. Ist da. Ich bin verletzt, ihr könnt euch den holen, wer auch immer den geholt hat. Ich kann mal gucken. Ja. Ja, hier ist safe einer drin, ich höre sie. Ist down. Heiß. Fall nur in Scav, glaube ich. Komm rein. Ja, ich bin auf der anderen Seite, Vorsicht. Oben. War das oben? Ja, ziemlich sicher. Der Halle ist... Oben oder rechts. ...reworked worden. Geh hoch. Ab ihn. einer direkt an der tür an der treppe an der treppe lassen es raus ich habe keine stamina mehr abhauen oder was denkt man dass ich schon weiterlaufen erlaubt vorne raus stehe vorne am durchgang ich habe keine stamina ich habe gesehen umgefallen ist und schaut ein schuss spieler haben gerade umgelegt die ganze zeit hier schön beschlossen und da bin ich auch tot richtig jagd auf mich gemacht zwei spieler glaube ich noch eine zweite runde machen weil das kein bock mehr kann man machen magnum backshot hat kann ich renne mehr jetzt da jetzt nicht mehr wo du bist aber ich habe mich aber er sieht mich zurückziehen granate ich habe ich habe geflasht krieg weiter weiter nach links runter noch eine granate aber ich frage mich wie der mich gesehen haben will also ich habe nichts von ihm gesehen ich habe nur das mündungsfeuer gesehen also ich weiß ja nicht was der geschlafen hat zwar gegen den baum geschossen weil mister x dg wieder kopfschuss aber ich stehe halt genau vor mir ne dg halt da war das ein schuss oder eine granate schuss schuss hast du gesehen wo der ist das war ein busch ich dachte das wüsste die ungefähre naja hat mich gekocht ja links irgendwo tot tot ahja one shot also nice meine granate geht raus ich bin hinter einem Feuerwehrauto ich bin hinter einem Feuerwehrauto du bist alter ab den scuff war safe ein spieler mit einer silenced pistol der ist hier reingenommen der holt uns 100 ich bin da ich bin ein zelt ich bin ein zelt ich komme ich komme ich bin das ich bin das auch hier ist einer komm rein alles klar ich bin in dem roten container drin er schieb mich auch nicht ah ok bisschen rumroppen da ah da sehe ich ihn hab ihn ja den ersten in den lauf halt geschossen ist halt immer die frage ob du die Typen triffst da ist oben am rechten holzding geschossen wieder erste mensch tappen nice piloter wir können gleich weitermoven bevor wir hier dann wollen wir den holen oder hauen wir ab na wir müssen erstmal ich würde erstmal die seiten wechseln bevor hier gleich die granaten runter gepostet kommen ja guck grad mal da ist einer wieder am scuffhaus rechts links nach rechts das ist aber ein spieler und einen habe ich noch da ist wo ist denn hier der exit ja da ich hab noch einen scuff geholt vom scuffhaus gerade du willst mich verarschen jetzt gerade jetzt gerade durch den einschuss da waren zwei skats minimum alter naja das weiß ich aber dann wisst du ja ja hinter dem heisting geradeaus und da starb der daniel ja zwei mann zwei mann zwei mann gekämmt in dem war das deine ja hinter uns hinter uns von wo wir gekommen sind weiß nicht weiß nicht ich hab es gerade aber auch abgeschickt er hat uns in den rücken geschossen keine ahnung wo das ich nachher kam aus der richtung von wir gekommen sind anders kann es gar nicht sein lebst du noch lebst du noch jaja bin hier um turm 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 ja du musst halt auch nicht rein springen ey das ist doch zum kotzen dieses game ich würde mich da die ganze zeit schneiden da ist noch einer noch einer da ist noch einer der war draußen der ist hängen geblieben bist du bei mir bist du bei mir ja ich weiß doch nicht wo du bist man bist du hier draußen ich bin draußen ja hier ich bin am turm siehst du mich nicht ja 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 hier du kannst den auf dem turm haben gönn dir ich hab den anderen hier unten ab nice wo müssen wir raus am outskirts wieder outskirts wieder outskirts wir haben ja auch ah hier liegt einer neben dem zelt neben dem zelt wo ich gerade drinnen war cool gerade einer an mir vorbeigelaufen hier los ich habe jetzt drei skaffs bei mir das ist aber dafür das spiel was so hart frequentiert wird passiert so was ja ich habe alle meine monika verschossen habe ich habe drei skaffs geledert oder fast von ausgehen kannst es auch spielers sind die waren alle ziemlich lustig frage ich mich kommen wir hier raus noch ein skaff leckt mich doch am arsch der vierte jetzt bringt ja nur nix wenn du nicht angreift sind alle aggro haben sie dich gewohnt statt in den thorax ach komm alter